Und los geht's. Alter. Wenn du auch Bock auf eine richtig gute XP und Enderman Farm hast, dann dranbleiben. Und ihr seht schon, es geht richtig gut ab da oben. Also würde ich sagen, bewerte den Part und viel Spaß. Zuallererst müsst ihr erstmal das Ende finden und den Drachen töten. Dann sucht ihr euch eine Seite aus. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Und von der Seite baut ihr euch dann ganz weit weg. Am besten mit Slabs, weil darauf kann dann keiner spawnen. Gleich kann ich das Ende nicht mehr sehen, dann bin ich weit genug weg. Braucht ihr quasi eine neue Fläche für die Endermänner zum Spawn. Am besten geht ihr dann 1, 2, 3, 4 in die Richtung. Dann 4 in diese. 10 in die andere Richtung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das Ganze dann halt zum Quadrat. Also hier spawnen zwar noch keiner drauf. Ihr braucht quasi volle Blöcke, damit der einer spawnen kann. Und die macht ihr jetzt mittig. Und natürlich gibt es weitere Designs für Mobfarben. Und das ist jetzt eine dafür. So, momentan will ich hier aber noch keine haben. Deswegen leuchte ich das Ganze nochmal ein bisschen aus. Einfach mal mit Torches. Und dann gehen wir so ungefähr 10, 15 Blöcke weg. Also dann knapp hier hin. Und jetzt könnt ihr hergehen und erstmal die Kisten verstauen. Da, wo sich nachher eure ganzen Enderperlen drin sammeln. Ich mach das jetzt mal Kunde. Einfach mal hier dran. Dass sie quasi direkt hier unten drin sind. Also am Rand eine Doppelkiste. Da eine Doppelkiste. Und in der Mitte eine einzelne. Vor den Kisten kommen dann Hopper. Sechs Stück. Und auf den Hoppern am besten Teppich. Weil es kann sein, dass sich die XP-Kügelchen da drin verheddern. Und so passiert das halt nicht. Und jetzt baut ihr das ganze Ding noch zu. Weil da sollen ja die Endermänner drin stehen bleiben. Damit ihr die dann auch gemütlich töten könnt. Hier kommen dann Trapdos rein. Die ihr direkt öffnen könnt. Weil die Endermen bzw. Minecraft-Mobs denken, da sind quasi Blöcke. Und wenn die offen sind, fallen die einfach rein. Und deswegen können die so ganz gut in die Falle locken. Da hier die Spawnfläche ist von den Endermen. Braucht ihr natürlich auf dem Weg hierhin noch irgendwie eine Treppe. Damit die auch die Höhe erreichen hier oben. Und deswegen macht ihr hier am besten eine Treppe hin. Da sind überall noch Half-Steps drauf, damit die wirklich nur da hinten spawnen. Jetzt macht da oben noch so einen Rahmen drum. Vorne einmal auflassen. Und da braucht ihr noch ein Lockmittel. Damit die Endermen auch in die Richtung laufen. Und in eure Falle tappen. Das Lockmittel ist ein bisschen tricky. Da baut ihr am besten erstmal so eine Kammer hier hin. Weil das Lockmittel muss da in die Ecke rein. Am besten eine Minecart. Und mit einem Name-Tag versehen. Damit es auch nicht mehr despawnt. Was ihr noch braucht, sind ganz, ganz viele Enderperlen. Aber bereitet das am besten schon mal vor. Also erstmal die Rayle hin. Das Minecart schon mal drauf. Dann den Amboss mit dem Name-Tag. Und ihr nehmt das Ganze dann von mir aus Might. Und dann müsst ihr quasi in die Ecke so lange Enderperlen werfen, bis ein Endermit entsteht. Da ist es. Ein Name-Tag drauf. Dann das Minecart in die Richtung schieben. So, dass das Endermit da drin ist. Dann macht ihr hier quasi die Rails weg. Baut hier zu. Und macht auf der anderen Seite auf. So, das ist jetzt in der Sichtweite von den Endermen, die hier spawnen. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn wir quasi da die Fackeln entfernen. So, Fackeln weg. Jetzt muss ich mich eigentlich nur ein bisschen entfernen. Und jetzt achten wir drauf. Oh lol, da ist schon... Nein! Oh nein, er hat das schon getötet. So, nochmal ein neues. Jetzt machen wir mal folgendes. Wir nehmen hier die Fläche gleich mal weg. Beziehungsweise machen da eine andere Fläche hin. Wir machen jetzt hier einen. Obwohl, doch können wir wegnehmen. Sehr cool. Da sind noch Endermen gerade. Jetzt passt auch, was passiert, wenn ich das entferne. Und los geht's. So, da sind die jetzt. Wenn ihr die noch ein bisschen verfeinern wollt, können wir natürlich machen, dass die Endermen weiter runterfallen. Und somit auch schon mal Fallschaden bekommen. Ansonsten können wir jetzt hier gemütlich hingehen und die immer ein... Alter. Ein bisschen hauen. Ja, am besten halt mit einem Schwert, was noch ein bisschen Looting hat. Und am besten auch Sharpness. Wenn jetzt einmal in den Adventure Mode geht, habe ich jetzt schon mal fünf Level bekommen. Alleine durch das Töten der Endermen gerade. Geht auf jeden Fall gut ab. Da kommen schon die nächsten. Also die laufen da die ganze Zeit rein und warten da drauf. Nur, dass ihr euch die XP und die Enderperlen holt. Ich würde sagen, das war's soweit von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt rein, wie ihr die Farm findet. Und ganz gerne Ideen in die Kommentare, wie man die vielleicht noch verbessern kann. Und was ich vielleicht nochmal zeigen soll. Also haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss. Copyright Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020